servus und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge ls 19 auf der nordfrisch marschierfacher am wunderschönen dort wünsche ich ja ihr werdet euch bestimmt denken warum kommt heute folge und zwar das kleine problem habt ihr ja in der letzten folge von der drei stern hof gegen und zwar da muss man ein neues savegame umfangen habe ich jetzt ausgefunden und ja bis ich das savegame wieder so hergerichtet habe wie das alte war dauert es noch ein bisschen und deswegen habe ich mir gedacht heute kommt dafür noch eine folge nordfrischermarsch dafür gibt es abo und drauf dann zwei folgen drei stern hof und ich hoffe das passt vielleicht so und dann würde ich sagen machen wir weiter da denn müssen wir gleich weiter aufsammeln und jetzt müssen wir das ist das ammol ah das ist das warten bis besser das wetter ist und ja dabei können wir mir denn ja abstellen dabei können wir uns einmal schauen was das felter zum bearbeiten braucht und zwar muss das gedüngt werden das können wir jetzt gleich machen dafür müssen wir uns den vento schnappen so dann können wir den kreis gleich einmal so machen und autodrive natürlich auch zack zack wenn wir dann da einmal ob das passt für euch so ja dann müssen wir den einmal abkuppeln das gewicht schnappen und wir gleich mal den düngerstreuer was da drin ist schnappen ah oder müssen wir das gar nicht weil wir haben wir ja direkt kurz einmal schauen und dann passt fast first dann oder ja das war dann müssen wir das einmal auslernen dann holen wir uns zurück da haben wir dafür ja vorhin unsere Silos und da können wir das machen wenn wir keine Lohnzahlung machen wir mal so 50% oder so ah nicht 50% so 20% dann sehen wir eh wieviel der Upstrike kommt so da machen wir mal den Deckels vor dann schauen wir mal zum Feld dann können wir es nochmal ausklappen dann können wir das schon ein das ist die Feld Nummer 20 da haben wir noch einen Kurs das sollen wir jetzt gleich machen oh Feld 20 so das nochmal den Speichern was war das jetzt? äh Feld 20 der fangt da vorne aus er braucht 2 Minuten so dann ich denke mal da unten nachleinen stellen dann weiter schauen vorhin das Kurs sammeln uiuiui das war zu färs eingeschlagen einparken dann schauen wir zum Kurs so ich hoffe ich sollte eigentlich die letzte Folge vorhin jo einmal einmal zu den da so geht es doch weiter dann einschalten obwohl er erst Viertelans geben ist aber naja vor dem dann hol es mit aber nein jetzt hin he lenkt wieder vom Freund schreibt es einmal in die Kommentare ob wir uns als nächstes die Halt trocknen holen sollen wenn ja dann wird es mit würde ich das machen aber jetzt müssen wir kurz erst einmal zum der Mentor schauen der hat 47.000 drinnen die Asche brauchen die irgendwas brauchen die irgendwas die brauchen dabei auch nichts ok also können wir dort zuerst einmal das alles reinmachen so dann schalten wir den Entleidung einmal ab dann müssen wir kurz den wieder da ausschieben und jo dann haben wir da einmal rum und dann das einmal in die Fermentor und dann da einmal einmal da dann dann holl da fern und mal aber da efters noch fern bevor wir da wieder zurück fern dabei loaded der auf Dann gehen wir erstmal auffüllen, dann kommen wir wieder zu 15 bis 20 Prozent, dann kloppen, da liegt ein Schalten, dann gehen wir das mal auffüllen, da wird nichts produziert, dann können wir mal schauen warum, ich glaube der hat noch wenig drin, aber das machen wir ja gleich, haben wir ja schon wieder Kühle und Geräste drin, und jetzt machen wir mal die Kloppen zu und dann schauen wir weiter, ich werde ihn wieder einstellen, ich werde schon wieder das nächste Bars-Inferment erbringen, dann gehen wir schon wieder, also, so der braucht noch Arminhut, so, wir kommen jetzt mal kurz nochmal raus mit, was ist das? Was ist das? So, dann können wir da auch schon wieder weitermachen, was Sprinking Ankles gelasht, was ist das? wird jetzt. Das ist ein Punkt. Was ist das? was ist das... Was ist das? Das ist das? Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das? 278 der Musch Mischfutterfabrik Ok Das ist echt gut Das werden wir dann als nächstes machen Ah der ist fertig Dann kann man den schon gut lassen Schau mal ob das Feld als nächstes braucht Ok du brauchst das wirklich nicht Du steht doch jetzt drin Äh na falsch Jetzt einmal überraschen 12 Meter und was habe ich hingeben? 18 Meter oder? Ok Das werden wir dann gleich einmal Später löschen Nein machen Ei 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 F20 F20 Nein F20 F20 Ja das dauert jetzt noch nicht, aber das macht ja nichts, jetzt kommen wir wieder zum Gras dazu. So, dann nehmen wir jetzt wieder die vollen Bahnen. Ja, dann würde ich sagen, brauchen wir das jetzt schnell, bevor es noch mehr anfängt zu regnen. Ah, jetzt ist ja wieder leer. So, dann fahren wir nochmal mit dem schnell aufladen, machen wir so 50% voll, dann war es das glaube ich. So dann. Dann nehmen wir das Aktion. So. 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 Und dann hoffentlich reicht das aus. So. 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 Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen. So. 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 So.